Meine Leidenschaft, was meinen Goldschmiedeberuf betrifft, ist das Gold. Und eigentlich hat es mich schon immer von der Farbe her fasziniert und in den Tendenzen meiner Entwürfe habe ich mich sehr an antikem Schmuck orientiert, ägyptischen Sachen, die einfach immer dieses faszinierenden warmen Goldton haben. Daraus hat sich auch ergeben eine Technik, die ich lange Jahre gearbeitet habe, nämlich das Ziselieren. Ein sehr handwerklicher Beruf, in dem man in schönes, weiches Gold mit Punsen und Hammer eine Form hineintreibt. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan von U-Ring. Das ist mein Lieblingsthema. Seit circa acht bis zehn Jahren hat der Computer auch in unserem sehr, sehr traditionellen Beruf Einzug gehalten. Damit können Entwürfe gemacht werden. Es kann aber auch später konstruiert und geplottet werden. Das Ergebnis ist dann ein Wachsmodell, was dann wie in der alten Art des goldschmiedischen Arbeitens vom Gieße in die jeweiligen Materialien gegossen wird. wird am entrepreneurs. Wir haben uns gemeinsam geboren aufgenommen, nämlich im Ich bin dieser Welt, dass wir uns danachs aus 2009 finden. Vielen Dank.